Hallo, mein Name ist Tim Wadenski und ich bin der Geschäftsführer von HORNTOOLS. HORNTOOLS ist seit etwa 25 Jahren einer der führenden Anbieter für Offroad-Equipment im Dachraum. Mit unserem Team von etwa 20 Mitarbeitern in Dornbirn in Österreich entwickeln, vermarkten und testen wir Offroad-Produkte für jeden Einsatz, für jeden Zweck. Diese testen wir unter extremen Bedingungen, egal ob in der Wüste, im Dschungel oder auch am Nordkap. Wir haben ein relativ breites Produktportfolio, was man hier unter anderem sieht. Zu meiner Rechten sehen wir einen unserer Bestseller, das sind Seilwinden. Seilwinden von zwei Tonnen Zugkraft angefangen bis hoch zu acht Tonnen. Egal ob als Frontwinde, Heckwinde, Seilsindensystem, hier ist für fast alle Einsatzzwecke etwas dabei. Ein weiteres Standbein unserer Firma ist das Dachträger-Segment, Dachträger-Plattform. Diese, die wir ab diesem Jahr auch exklusiv komplett in Europa herstellen, fertigen lassen, kommen mit allem möglichen Zubehör. Werkzeughalter, Waffenhalter, Kisten, Taschen, alles was das Herz begehrt, wird für den Offroad-Betrieb angeboten. Darüber hinaus bieten wir viele Zusätze für den Offroad-Bereich an. Unterfahrschütze, Kompressoren, Werkzeughalter, Schaufeln, Bergematerial, alles was man eben für den Einsatz draußen benötigt.